Ich schaue gerade Kettner Edelmetalle bei YouTube. Volkszählung 2022, Zensus geht es da, Vorbereitung auf Lastenausgleich. Leute, und da blendet der mir eine Statistik ein. Wohneigentumsquoten in ausgewählten Ländern Europas 2019 in Prozent. Jetzt haben 51,1% Eigenheim. Ich schaue an die Spitze der Statistik, führt Rumänien mit 95,8% haben die Eigenheim. Was machen denn die richtig? Polen 84,2%, Spanien 76,2%, sogar UK 65,2%, Frankreich 65,1%, Österreich ähnlich, Deutschland 55,2%. Der einzige schlechter, der da steht mit Eigenheimen, ist die Schweiz mit 42,5%. Also ich wundere mich da nicht. Ich war Hauseigentümer. Ich war selbstständig. Das ist eine Lebensaufgabe, seine Häuser zu halten. Und als Selbstständiger hast du keine Zeit für Weihnachten, manchmal auch nicht für Urlaub. Und du hast auch kein normales Wochenende, wenn die Umsatzzahlen einbrechen. Mit Gedeihenverderb, wenn da noch Haus, eine Frau und Kinder dranhängen, um Gottes Willen. Mich wundern die 10.000 Suizidalen nicht in Deutschland. Nein, sie wundern mich nicht. Warum? Weil das Herz fehlt. In der Familie hat man Herz. Im Netzwerk hat man Gelegenheit. In der Republik hast du gleiche Rechte der Embürtigkeit. Alles drei geht auf. Zweimal ist eine Wahl, aber einmal ist es fast keinmal. Der Versuch, es länger erleben zu wollen. Ich habe da noch diese Spur eben jetzt gerne für euch aufgenommen. Kettner-Edelmetalle, wir brauchen einen Lastenausgleich. Die versuchen es jetzt mit Übergewinn zu definieren. Die Kriegsgewinnler, Twitter der Gregor Gysi, sollten auch besteuert werden. In einer Form, dass überproportionale Gewinne vom Kriegsgewinn oder der Situation eines zivilisatorischen Entwicklens über den Maßen auf ein paar Personen oder Firmen, was vielen Zustände, ein Stück besser verteilt wird. Wir kommen auf der sozialen Marktwirtschaft. Wir haben dann für Asien raus, die 1 Euro Produkte, den künstlichen Billiglohnsektor gegründet, Hartz IV, können mir endlich, jetzt wo das hier stehen, bis Asien raus, die 1 Euro Produkte ja gibt, sogar Frankreich mit den Bedingungen nachzieht, teilweise, wenn die Gelbwesten lockerlassen, nicht, vielleicht nicht, können wir endlich wieder zur sozialen Marktwirtschaft zurückkehren. Es gab damals nichts Neues, wie im Himmel. In Deutschland war es üblich, du hast dann Tausender gebraucht, oder es waren dann bei Inflationszeiten 2.000 Mark, 1.000 Euro. Und dann kannst du ein bisschen was leisten. Ein Auto oder ein schöner Hobbykeller. Selbst wenn du vom Sozialamt abhängig warst, wir können doch diese Verschlechterungszustände nicht so sein lassen. Oder? Aber wir sind durch viel geritten, jetzt schaue ich mal Kettner weiter, vielleicht fällt mir noch was ein. Zum Lastenausgleich. Überproportionaler Gewinn am Krieg sollte auch ausgestattet sein an jene, die es nötig haben. Ja, also nochmal kurz zu Kettner Edelmetalle. Übrigens, er hat jetzt eingeblendet eben die Frage Lastenausgleich oder europäische Register der Reichsten, der Reichen. Die haben irgendwie 10% der Deutschen, haben zwei Drittel der Vermögen. Spielt das eine Rolle? Wir würden ja unsere Besten der Besten bestrafen, würden wir in Europa sanktionieren, wenn einer gut ist am Weltmarkt. Wir hätten dann die Reichen außen in den Steueroasen und die würden uns ein bisschen Wohlstand rauspitchen. Ist es denn notwendig? Nein, wir brauchen nur einen Mindestlohn, einen Mindestsozialstandard und per Staat garantierte Höhe mit dem Statistischen Bundesamt abgeglichene Erhöhungen des Mindeststandards. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob einer die halbe Republik hat, wenn die 99,9% nicht verhungern müssen. Interessiert es mich nicht. So müssen wir uns nicht mit den Reichen anlegen, sondern einen gewissen Mindeststandard und einen Mindestlohn haben. Und das war es. Damit schippern 50% gebequem vielleicht bis zum Eigenheim. Und damit ist das Beste gemacht. Ich schaue noch zum Kellner manchmal, ich möchte mal grüßen, vielleicht kriege ich das irgendwann mit. Ich wünsche ihm nur das Beste. Gute Gesundheit. Wir müssen halt jetzt ein wenig ruhiger werden, ein wenig bekömmlicher. Vielleicht, ich will auch mal sagen, ich wäre vielleicht um die 60, 70, hat man mir schon in der Stadt gedeutet. Bei dem gewesen, mein Bester. Mach das so. So ist üblich. 100. Aber das war, das war, das und das. Und dann haben wir noch Sechse. Aber mit 66 geht das Leben los. Mach mal das Beste draus. Ich bin nämlich so froh, dass wir die Zeit überstanden haben, was ich da sah. Geht auf keine Kuhhaut. Aber wir sind jetzt in dem Bereich der Silites der Linde, dass die Menschheit, ein Drittel, zu dem gehören wir, Überlebende, ein Drittel verstandeslos, ein Drittel ist verschwunden beim Geist, beim Heiligen Geist, bei Geist über Materie, scheinen in Zeitgeschichte ein Drittel der Menschen sich auszulösen zu lassen oder aufzugegeben zu haben. Durch Melancholisierung und Dualitätsverneinung. In Angelegen, der noch mal einen Gruß. Wir können ja neu inkarnieren. Ich weiß es. Es ist bei mir kein Glaube mehr. In dem Sinne, macht mir ein schönes Ländchen mit der Republik. Für Familien. Mit Netzwerk. Steht auf KERKA-Info ewig. Und habt mir viel Redeantwort und Heft da aus, wo ihr könnt. Und ich weiß, der Mensch kann eine Bestie sein. Dadurch, dass wir das Gottes-Selber-Gefühl geschenkt gericht haben. Geschenkt gericht haben. Durch Lucifer Gott. Ich weiß, dass es so war. Es ist durchgechannelt worden. Das Gottes-Selber-Gefühl. Er dachte in der Sekunde noch, oh mein Gott. Drei Menschenrechte habt ihr auch noch, weil es überfallen worden ist von drei Kubikmeter Luft in Weiß. Wo dann weiße fünf Frauen draus sich eruierten. Die wegrannten unmittelbar aus den Wolken. Da war Hass. Da war Neid zu spüren. War halt ja lange Zeit mit am Gott. Und er war derjenige. Und dadurch waren wir wie Bestien. und mussten lernen, wie selber, wie uns Gott fühlend zu befinden. Die Zeit ist aber vorbei. Mit oder ohne. Es geht voran. Mit oder ohne. Es geht voran. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.